Hallo zusammen, heute haben wir zwei Teams, die im Wettbewerb gegeneinander antreten. Die Paw Patrol. Juhu! Hey! Wow! Und das Kätzchen-Team. Miau, miau! Dieses Mal müssen wir den Wettbewerb aber gewinnen. Miau! Die Teams müssen im Hindernisparcours drei Runden drehen. Los, Freunde! Ihr schafft das! Seid ihr bereit? Auf die Plätze, fertig, los! Beeil dich, Rubble! Ich renne so schnell ich kann! Au! Oh! Renn du weiter! Ich hab eine Idee! Die Kätzchen schummeln! Keine Sorge! Unsere beiden bekommen das sicher hin! Miau! Lo, steh auf! Meine Pfote! Wir überlegen uns was anderes. Komm! Hopp, Rubble, wir liegen in Führung. Die Kätzchen können nicht mit uns mithalten. Die Welpen gehen in die zweite Runde. Was riecht dir denn so gut? Oh, ein Donut. Hey! Wo willst du denn hin? Na komm, Hündchen. Hey, was soll das? Ha, hab ich dich. Nein, wir haben dich. Wuff, 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 wuff. Ryder, was die Kätzchen machen, ist unfair. Ja, sie schummeln. Kätzchen, ich warne euch. Noch so ein Trick und ihr seid aus dem Rennen. Ja, okay. Danke für den Donut. Rubble. Ist es noch weit ins Ziel? Reiß dich zusammen. Nur noch eine Runde. Ich kann nicht mehr. Wir müssen gewinnen. Das wird die beiden aufhalten. Dreh das Wasser auf. Ah! Wir sollten dem Kätzchen helfen. Aber Marshall, die beiden haben geschummelt. Ja, aber wir sind anständige, Jungen. Ah! Puh, danke. Miau, bitte verzeiht uns. Weil ihr gegen die Regeln verstoßen habt, seid ihr disqualifiziert. Die Gewinner sind die Paw Patrol-Welpen. Juhu! Hurra! Klasse! Eeeh! Gratulation! Beim nächsten Mal lassen wir uns was Besseres einfallen. Miau!